Star Trek Beyond Scotty hat aber andere Pläne, ein Date mit Lieutenant Romain. Die Blu-ray wird noch weitere Deleted-Scenes, teilreiche Making-Offs und einiges mehr beinhalten. Sie erscheint in verschiedenen Versionen, so auch als Geschenkeset, in dem es zusätzlich verschiedene Figuren und andere Extras geben wird. Besondere Versionen sind bei den US-amerikanischen Ketten Walmart und Target erhältlich. Diesseits des Atlantiks kommt man wohl einfacher an die Sets von Amazon. Das Ultimate Blu-ray Collectors Edition Gift-Set für 39,99 enthält Modelle der Enterprise, der USS Franklin und eines von Quels Schiffen. Die Limited Edition mit USS Franklin enthält dagegen nur den Film und das namensgebende Schiff. Alex Kurtzman, Produzent von Star Trek Discovery, konnte für seine neue Produktionsfirma Secret Hideout einen mehrjährigen Vertrag mit CBS auseinandersetzen. Das Netzwerk erhält die exklusiven Rechte aller Produktionen von Kurtzmans Firma. Discovery wird die erste Serie sein, die unter diesem neuen Arrangement das Licht der Welt erblickt. Hida Caden, Co-Produzentin von Discovery, wird Resident of Television von Secret Hideout. Unterstützt wird sie von Aaron Byers als Vizepräsidenten, ebenfalls ein Produzent der neuen Serie. Die deutsche Fanfilmproduktion Star Trek Enterprise The New Generation hat Probleme mit CBS bekommen. Das Netzwerk hat bei YouTube Beschwerde eingelegt. Dabei ging es nicht etwa um das Bildmaterial oder die Musik, sondern um einzelne Audiospuren des 2008 veröffentlichten Fanprojektes. Die Filme erschienen also lange vor den Richtlinien von CBS und Paramount und sollten daher eigentlich nicht belangt werden. So versicherte es uns zumindest John Van Kittas in einem offiziellen Podcast. Jürgen Kaiser, der Mann hinter dem Animationsfilm, sah das genauso und hat Widerspruch eingelegt. Mit Erfolg, CBS hat seinen Anspruch zurückgezogen. Trotzdem wirft dieser Vorfall die Frage auf, wie CBS und Paramount mit Fanfilmen, auch solchen, die vor den Richtlinien entstanden, umgehen wird. Wer so Gewissheit für Fanfilmproduzenten schaffen will, macht etwas falsch. Bleiben wir bei den Fanfilmen. Angesichts der neuen Richtlinien hat sich das Team hinter Renegades entschieden, ihr Projekt aus dem Star Trek-Universum hinaus in ein eigenes Franchise zu verlegen. Eine schon fertige CGI-Szene, die jetzt natürlich nicht mehr verwendet werden kann, wurde letzten Freitag auf dem YouTube-Kanal von Renegades veröffentlicht. Auch wenn sie nur elf Sekunden lang ist, zeigt sie doch, auf was die Star Trek-Fanfilmszene dank der neuen Richtlinien verzichten muss. Werdet ihr euch Beyond auf Blu-ray kaufen und freut ihr euch schon auf Renegades, obwohl es nicht mehr im Star Trek-Universum spielt.